Ja, Part Nummer 19 wieder am Werk und wir sind auf dem Weg nach für die drei Rüssel, genau und da sehen wir auch schon Leute! Ach, den Kopf kürzer machen Wie oft habe ich das schon gehört in dem Spiel Aber na gut, lassen wir das mal so stehen Aha Danger Das dürfte schnell gehen Na, dann tu mal dein Werk Gänsehaut Gänsehaut Mystisch und gruselig zugleich Suche im Lutzlabor, im Fotoladen in der Bank nach Rissen Oh, dass sie denn auch auf einmal hinter mir stehen muss Wenn ich wieder sehr, sehr Ich weiß nicht, Babe, aber wir müssen wohl Du Hure Das ist meine Mutter Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihren lieben Propheten Und Madame Lutece? Zudem ist der Mann einigermaßen steril Es ist eine Lüge Komm und hol dir deinen Bastard Ich will, dass sie verschwindet Steril Die sind nicht meine Eltern Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat Hoffe ich nicht Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher Sie ist beinahe animalisch Als wäre sie eine Reflexion von Ähm Ich weiß nicht Achso Jamme Antwort überhaupt Achso Vor allem warum ist das ganze Haus unter diesen Hier haben wir noch ein Upgrade Auf jeden Fall machen wir Mana Männerchen Können wir immer gut gebrauchen Was hat sie denn? Irgendwie geht's der kleinen Upsala Da geht's der auch immer schlimmer Also irgendwie gefällt mir das alles nicht mehr Ich hab hier Geräusche gehört, die mir immer noch nicht gefallen Hm 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 Wir folgen den Schritten einfach mal Wir folgen den Schritten einfach mal Geld finden wir wie immer in dem Spiel Vielen Vielen genug Hör auf mich zugrunde zu richten Köhöööö Wir monitoren Waffen Vor allem wir verändern ja auch teilweise die ganze Welt mit diesen ganzen gesamten Rissen Dass wir doch irgendwann noch gar nicht mehr wissen Was wir da anrichten Also wie Ich weiß nicht ob das so gut ist Klar hilft uns das momentan Aber was machen wir mit dieser Welt hier Und was ist diese Welt überhaupt Momentan Fragen über Fragen Das ist echt eine kranke Geschichte hier Es war klar Es war klar Es war klar Es war klar Schwarz und verkohlt wird ein Fleisch sein Hammer Hammer Na hier haben wir noch was Das ist was für dich Na klar Dann haben wir auf jeden Fall was Gutes drinnen sogar So Wunderbar Merci Merci beaucoup Cool Und wieder ein Upgrade Nicht schlecht Es wird immer besser Aber das brauchen wir auch Weil die Kämpfe sind noch lange nicht so einfach Wie ich es mir immer vorgestellt habe Hier im Spiel Die sind doch etwas Anstrengend teilweise Was sie auch sein sollen Wäre ja auch viel zu langweilig Wenn es viel zu schnell Ginge Und wieder eine Botschaft Für uns Auch sehr schön Ja da waren Lowpicks Konnte man aber auch erkennen Ja komm jetzt geht nicht so an Vor allem so schnell ne Hammer Dankeschön Trinkgeld Okay jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen umgucken Wir haben dann nämlich wieder einen kleinen Code gefunden Dafür brauchen wir da aber dementsprechend Ein Gewisses Ja Na ja mal schauen Hilfst du mal? Ach das wird nicht lange dauern Na ich würde so offen Ich habe dich auch mitgenommen die ganze Zeit Dankeschön Ist aber nett von dir Ganz großer Kampf Großer Arealkampf Obwohl wartet mal Hier sind wir wieder Die Raben gefallen mir da irgendwie nicht Die Raben gefallen mir da irgendwie nicht Ich wusste es Ich suche noch Warum weitermachen Warum weitermachen Ich suche noch Warum weitermachen Papa Achtung Heftig Hauptsache ich baller ich erstmal ne ganze selber hin Alle Schweine sterben Ja Ja Weil wir sind Ja Ja Ich bin Ja Ich bin einfach verbinden weiter die übertreiben müssen in dem spiel dankeschön ich konnte mir das schon halbwegs denken wo die ganzen leichen hier soll das nächste sein hier waren wir aber schon mal drinnen leute wir können uns erinnern im letzten part oh schock oh gänsehaut leute das ist gerade ein bisschen freaky die tür ist auch gänsehaut oh leute grad übelst müßtig diese ganze geschichte mit ihrer mutter die anscheinend doch gar nicht ihre mutter ist und jetzt ein geist ist ey alles sehr fragwürdig du bist in der ahnung oh gut das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht ich dass mich hier nach hinten laufen ja kommt gut machen wir action von nix kommt nix ich seh ihn nirgends kreis ihn ein kreis ihn auf ihn drauf oh 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 so oh oh du bist tot schreit du mersi Merci. Yassis. 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 Einfach mal krank das Spiel. Krank geil, muss man da mal dazu sagen. Sie hat immer Bock, ein Schloss aufzuknacken. Auch noch ganz andere Sachen bestimmt. Aber das... Siehst du? Toi, dafür... Für so ein bisschen Dreck. Ja. So viel Lopex jetzt ausgegeben. Aber nun gut. Wir dem auch sei. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Rissen in dieser verrückten... Ich weiß nicht wieso, aber das gefällt mir alles nicht. Wir laufen erst mal rein. Oh, das ist ja schon wieder so rumgeluchst, ja. Das macht mir richtig Panik. Ein bisschen gruselig ist es ja jetzt schon geworden, auf jeden Fall. sehr, sehr, sehr mystisch. Was war das da eben? Er hat jetzt gerade auch so ein bisschen... Panik. Oh, nein. Auf in den Kampf! Ich mach dich den Kopf kürzer! So. das wäre mir... ja sehr sehr einladend hier in dem spiel wie immer da war schon wieder wie warum rennt der weg er könnte doch schon längst könnte doch schon längst gegen uns kämpfen oh gott leute oh man heftig intensiv gerade das spiel was die mich echt immer wieder natzt toll dass ich immer zu schnell drücke du musst ein bisschen langsamer sein kappe warum 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 so das wirkt so unwirklich der ist nicht gestorben gerade und wenn ich diese sabotage begehen alle ihre patente alle Mr. Fick aber Mr. Fick hab ich das richtig verstanden dass die zwei auf der Nachigung wieso Lady Comstock starb das Kind und warum soll ausgerechnet ich es tun nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen ich glaube das ist nicht die wahre Lady Comstock ich glaube sie sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und und meinen Gefühlen was meinst du ich bin so wütend auf sie und und mein Vater nein so echt hier go ja 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 doch ja 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 Dankeschön. Dankeschön. Achso, nachladen. Ups. Fail. Self-Ownage. Problem ist, wir haben keine Muni, Leute. Wir haben einfach mal nichts. Und der Kampf ist heftig hier. Schon die Geräusche sind pervers, Leute. Wir müssen die Waffe nehmen. Wir wollen oder nicht. Vor allem der Kampf ist heftig. Wir haben keine guten Waffen. Wir müssen die 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 Waffen. Hammer! Das gibt's nicht! Der Kampf ist echt übel! Komm, 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 komm! Das ist doch... Vor allem, es muss doch... Ey, das ist immer so der Hammer, dass wieder... Alles ist voll, weißt du? Für... Alles, aber außer für das natürlich. Na komm! Komm, 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 geh ich schon, komm, komm. Jesus Christus im Himmel, ey. Auch wenn er damit nichts zu tun hat, aber... Ist der heftig hammerhart hier. Überleg mal, wie viel Schuss wir verballert haben jetzt. Nur für den Kampf. Nur für diesen Kampf. Wir reden hier von einem... Der Fahrstuhl ist wieder so misstrauisch. Aber wir müssen uns auf jeden Fall erst in den nächsten Part auch freuen. Denn im nächsten Part wird es auf jeden Fall hier genau weitergehen. Ich glaube, das müsste jetzt schon Part 20 sein. Mittlerweile von Bioshock Infinity. Und dann werden wir auf jeden Fall den letzten Riss finden. Und hoffentlich auch viele Antworten. Also, bis dahin, Bross. Du bist noch kein Abonnent? Aber dir gefallen meine Videos? Was hält dich verdammt auch mal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren. Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch. Klick einfach auf Maggation. Schon sehe ich, was euch gefällt und was zum Beispiel nicht. Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen. Zum Beispiel wie... Du bist einfach nur geil. Wenn du mich weiterhin unterstützen willst, kannst du auch das Video, was dir gefallen hat, einfach zu deinen Favoriten hinzufügen, damit deine Freunde wissen, das Video hat dir gefallen. Danke, Bross. Wenn du mir noch weiterhelfen willst, kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken. Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen. Einfach mal gucken. Danke, Bross. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017